Wenn man zum Beispiel vom Fahrrad fällt, hat man ja eine Wunde. Und wenn man die nie wächt, wird das eine Entzündung. Dann gehen da zwei verschiedene Moneküle zusammen und die machen dann halt, dass meine Wunde wieder verheilt. Dann fließen viele Stoffe durch den Körper hintereinander und dann muss der Körper die Entzündung bekämpfen. Und wie das genau abläuft, das kann man noch nicht beantworten. Das wird gerade erforscht. Ist ein Mensch oder Hab und Gut in Gefahr, rufen wir über den Notruf Hilfe herbei. Polizei oder Feuerwehr setzen über ihre Leitstellen und Alarmsysteme die notwendigen Maßnahmen zur Rettung in Gang. Doch wie werden Notrufe innerhalb unseres Körpers weitergeleitet, wenn wir uns verletzen oder uns eine Infektion einfangen? Die Weitergabe und Verarbeitung von Informationen in lebenden Organismen erfolgt auf molekularer Ebene. Am Ort der Schädigung kommunizieren die Zellen mittels definierter Botenstoffe, die als Zytokine bezeichnet werden. Überschreitet eine Entzündung ein gewisses Ausmaß, so wird der ganze Körper in die Entzündungsreaktion einbezogen. Wir bekommen Fieber. Das spürt man. Von uns weitgehend unbemerkt wird auch die Leber alarmiert. Sie produziert dann Akutphase-Proteine, die mithelfen, das Entzündungsgeschehen zu kontrollieren. Doch woher weiß die Leber, was zu tun ist? Ende der 1980er Jahre konnten Professor Heinrich und Mitarbeiter zeigen, dass das Zytokin-Interleukin-6 die Akutphase-Reaktion der Leber hervorruft. Anfang der 1990er Jahre gelang ihm gemeinsam mit Professor Friedemann Horn die Signale aufzuklären, die in den Leberzellen ablaufen, um die Gene der Akutphase-Proteine einzuschalten. Dabei wurde der Transkriptionsfaktor STAT3 entdeckt, der nach Interleukin-6-Stimulation über die Januskinase JAK1 aktiviert wird. STAT3 wird daraufhin in den Zellkern transportiert, bindet an die DNS und schaltet die Akutphase-Proteine ein. Damit war der JAK-STAT-Signalweg geboren. Die Publikation dieser Entdeckung in der Zeitschrift Science war die am dritthäufigsten zitierte Arbeit in den Lebenswissenschaften im Jahre 1994. Heute wissen wir, dass der JAK-STAT-Signalweg an einer Vielzahl physiologischer und pathophysiologischer Prozesse beteiligt ist. Einige Inhibitoren des JAK-STAT-Signalwegs werden bereits erfolgreich in der Klinik eingesetzt, z.B. bei der Behandlung von Rheumatoida Arthritis oder Myelofibrose. Andere Inhibitoren sind in der Entwicklungsphase oder klinischen Erprobung. Hier können wir auf die zukünftigen Entwicklungen gespannt sein. Das ist mit James Rheumatoida Arthritis vor der Unieplehreste, wo es nicht bereitsариf押igh dissolved. Untertitelung des ZDF, 2020